Automatisch Fischfutterautomat Aquarium Autofutterspender Digitalfutterautomat Intelligentes Timing Dieser automatische Fischfutterautomat kann Ihre Fische 1-4 Mal täglich automatisch füttern. Sie können die Fütterungszeit und die Fütterungsmenge entsprechend der tatsächlichen Situation einstellen. 200 Megaliter große Kapazität mit einer 200 Milliliter fassenden Lebensmittelbox können Sie eine Grö Menge Fischfutter einmal einfüllen. Der einstellbare Futterauslass ermöglicht es Ihnen zu entscheiden, wie viel Futter bei jeder Mahlzeit ausgegeben wird. 2A Batterien Nicht im Lieferumfang enthalten Können 3 bis 6 Monate halten Dieser automatische Fischfutterautomat ist ideal für den täglichen Gebrauch. Machen Sie sich keine Sorgen mehr um die Fischfütterung. Auch Preis etwa 21,59 Euro per Stück Machen Sie sich keine Sorgen mehr um die Fischfutterautomat Machen Sie sich keine Sorgen mehr um die Fischfutterautomat